Willkommen zurück zu einer neuen Funky-Crazy-Cool-Folge Freitag der 13. mit einem Mann, der merkwürdige Dinge mit seinem Hodengebell machen kann. Kreis! Ey, ich halte dieses Gesicht am Anfang einfach nicht aus. Ey, da gibt es sowas, ne? Da hat er irgendwie eine noch krassere Maulsperre. Gestern habe ich so einen Screenshot gesehen, wo ich gedacht habe, Alter, was denn da passiert? Ja, den ganzen Mund ist so aufgerissen gewesen. Die Lippen haben sich im Endeffekt schon so ein bisschen über die Stirn gezogen. Das war richtig unheimlich. Also da können Sachen passieren in dem Spiel. Auch meiner hier, den ich spiele, das ist ein Rockerboy, ne? Der hat ja auch irgendwie so einen Mund. Oh nein! Der ist auch sehr mundlastig. Hast du es gesehen? Ja, natürlich. Ja, klar. Ach, äh... Jason... Jason... Vor-Kopf. Jason Vor-Kopf. Jason Vor-Kopf. Der Dritte. Jason Vor-Kopf, der Dritte. Von Thunder-Kopf. Der spielt jetzt auch nur noch diesen Goonie, ne? Der hat sich voll den Goonie geschnappt. Der hat sich auch einen Goonie-Jason geschnappt. Alle spielen den Goonie-Jason. Oh, ich hab die Sicherung. Alter, Gil! Mach mal rein, das Ding. Ich hab ja eigentlich dieses Perk. Ja, aber... Eine Minute weniger Perk. Ich müsste anrufen. Wie finde ich denn das Sicherungshaus? Gar nicht. Du musst durch die Gegend wandern. Aber ich glaube, das ist hier bei Jarvis Residenz. Ich glaube, da wird abge-called. Die haben das einzige Telefon in der ganzen Gegend hier. Hahaha. Unten an der Villa Javillo. Ja, die Villa Javillo-Billo. Die war schon immer der Laden mit der Kommunikation. Eine Karte könnte ich mal gebrauchen. Ach, hast du keine? Nee. Alter, hier liegt ein Ast auf einer Mülltonne. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich eine... Das ist mein Ast. Bitte lass den doch. Ja, der gehört mir. Den hab ich mir reserviert. Ich hab schon länger mit diesem Ast angewandelt. Riech mal dem Ast. Ja, der riecht nach meinem Po-Loch. Nee. Ja. Das ist ein ganz besonderer Geruch. Ich hab den markiert auf Waschbär-Tradition. Hahaha. Den Anus dran gerieben. Und wo ist hier Eierkopf? Was treibt der so? Ich weiß nicht, was er treibt. Ich weiß es nicht. Er fasst mal wieder irgendwelche Kinder im Wald an. Finde ich nicht gut. Was ist denn besser? Das dicke Rohr oder die Schraubzwinge da? Ich glaub, das dicke Rohr. Das hat eher so ein bisschen diesen Baseball-Schläger-Charakter. Ah, okay. Oh, ich hör die Melodie. Hier liegt ein Ast vorne im Penster. Die ist very close. Hast du den hingelegt? Nein. Ich hab einen Baseball-Knubbel in der Hand. Alter, der ist im Endeffekt ist ja neben mir. Da ist ein scheiß Orchester neben mir. Da ist ein Orchester. Haha. Irgendwer macht Musik. Irgendjemand macht hier wirklich gerade richtig böse Musik. Achso, Harvest wurde schon gerufen. Okay. Ach nein, Eierkopf. Jetzt hör doch mal auf mit dem Kram. Oh, ich hab Autoschlüsse. Du hast ihn damals stehen lassen. Ich hab Autoschlüsse. Was? Ich hab immer noch keine Map. Eierkopf, ich hab dich gerettet. Vielleicht ist ja hier drin noch was übrig. Remember this, my friend. Ja, damals. Das waren aber andere Zeiten. Ey, die haben ja hier einen Elchkopf. Das sehe ich ja jetzt erst. Wie sollte mir das keiner gesagt? Oh Gott. Das Sniffen geht wieder los. Ach Mist ey. Alter, warum jetzt hier mich Eierkopf? Freddy Schönmund nannte man mich. Freddy Schönmund. Meierkopf. Freddy Schönmaul. Eben gerade dachte ich ganz kurz hier am Camp, am Lagerfeuer liegt eine Battery. Alter, ich hab Doppel-Deo. Eigentlich müsste ich Doppel-Deo verwenden. So. Habt ihr irgendwo Sprit oder so? Nee. Jungs, weil ich hab nen Schlüssel. Wo seid ihr denn? Also bevor ich jetzt da hingehe, geh ich dann mal nach da hinten. Bist du am Fire Branch Camp? Wer ist denn da hinten? Ich war eben gerade am Blackfoot. Am Kohlefuß Camp. Am Kohlefuß Camp? Nicht rassistisch gemeint. Muss man ja heute immer Disclaimern. Vorsicht könnte als Rassismus interpretiert werden. Ist es aber nicht. Ja. Oh, mein Toast ist heute verbrannt. Oh, shitstorm. Oh, einer hat das Spiel verlassen. Ich glaub Eierkopf hat ihn zu hart gequält. Obwohl Eierkopf ja eher so der Streichler Jason ist. Oh. Boah, ich bin hier gerade echt am Hyperventilieren. Ich bin jetzt in diesem kleinen Haus auf der Insel. Mach doch mal die Sicherung rein, meine Güte. Ich weiß nicht wo das Haus ist. Oh, ich hab die Bootschraube. Wenn wir jetzt noch Sprit finden, könnten wir gemeinsam die Biber Bootsboys machen. Bist. Aber ich find hier nix. Ich hab halt nur ne tote Frau gefunden. Finde Sprit. Wir treffen uns am Boot. Alle machen mit. Was ist das denn ungefähr? Alter, no. No. Oh. Der jagt gegen jemanden. Ich bin so weit weg. Boah, Schwimmen ist gefährlich, man. Ist hart gefährlich. Ich glaub... Ich geh mal jetzt... Oder... Ich weiß nicht. Geh Richtung Harvest-Haus? Wir brauchen nur noch Sprit, Greis. Nur noch Sprit. Ja, beim Harvest-Haus gibt's doch immer Sprit. Ja, bestimmt. Vielleicht gibt's da auch ein Telefon. Hast du noch nicht gesehen, zufällig. Ey, da ist Seiko. Er will meine Steuern. Was? Er will die Seiko-Steuer kassieren. Seiko mit A. Der gehört auf jeden Fall in die Gruppe. Der gehört in die Gruppe. Der gehört in die Seiko-Gruppe. Natürlich, dass einer seiner Eintreiber ließ. Oh nein, ey. Was erzählen wir ihm jetzt? Ich hab nix, Kumpel. Der Monat war schlecht. Frau Merkel hat alles. Ich wurde gemerkelt. Corona. Ja. Die hat gesagt, sie braucht Krisengeld. Krisensteuern. Oh, ich weiß, wo Sprit ist. Am Auto. Soll ich den Sprit klauen und damit zum Boot rennen? Ja. Komm zum Boot. Oh nein, der kommt zu mir. Reierkopf, lass mich doch. Lass mich doch. Ich bin ein Eierkopf. Hab nen Schleiertopf. Ich hab... Hier ist das Sicherungshaus. Wo? Hier, wo ich drin bin. Hollow Grove. Oh, da oben. Alter. Okay, das ist weit. Hier ist alles. Das ist weit. Das ist alles Haus. Kommt ein Verletzter auf mich zu. Dann schnappt ihr das Benzin und dann nix wie weg. Ja, ich hoffe, dass ich es kriege ohne... Aber vielleicht tankt das jetzt gerade jemand rein. Das kann durchaus möglich sein. Oh nein! Ne, noch liegt es da. Wo genau bist du grad? Hier, ich bin immer noch... Ne, ich bin immer noch da, wo man Sachen machen kann. Finger weg! Ist die Schraube... Nein! Oh! Oh Gott! Ist die Schraube schon drin? Hör doch auf, Eierkopf! Moment, aber... Hast du auch nen Autoschlüssel? Ja, die Schraube ist drin. Ich hatte Autoschlüssel. Den hab ich jetzt oben liegen lassen, weil ich gedacht hab, wir... Booten. Ach so, okay. Dann geh... Ich klau das Benzin. Alter Eierkopf, hör doch auf! Oh! Nimm das Benzin! Ich... Ich hab Benzin! Haha! Eierkopf! Kannst du ihn denn irgendwie stunnen oder so? Weil sonst haben wir doch eh die A-Karte, wenn der im Wasser ist einmal... Ich hab Cracker! Ich hab Cracker! Ich stehe in den Crackern! Ich regeneriere gerade Ausdauer in den Crackern! Also ich bin jetzt quasi am Boot, ne? Ja, komm zum Boot mit dem Sprit! Ich bin am Boot mit dem Sprit! Dann Tank! Tank! Ich hab ihn verjagt! Ich hab gesagt... Hier! Schmeck mal da ran! Dann hat er gesagt... Da schmeckt man nicht gut! Schwell mal das hier! Ey, irgendjemand kommt zu unserem Boot! Irgendjemand hat... Nee, Alter! Nee! Baba Boot ist... Ist meins! Bro! Alter! Seiko! Siehste, er will die Boot steuern! Ey, das gibt's doch nicht! Geh vorne rein! Geht das? Du musst es erst anmachen! Komm schon! Komm schon! Die Boot-Boys! Okay, du musst jetzt links rum fahren! Fahr links rum! So, es dauert ein bisschen! Also links um diesen Pimmelfels drum herum! Um den Schlong, ne? Ja, ja! Unten an der Michael Bay Bay! Unten an der Michael Bay Bay Bay! Oh nein! Ist das richtig? Ja, ja, ist richtig! Weiterfahren! Da hinten ist die Boje! Die Michael Bay Bay Boje! Die Michael Bay Bay Boje! Die Michael Bay Bay Boje! Die Biberboots-Boys! Hat der, hat der guter Schwimmer Jason oder schlechter Schwimmer Jason? Nee, das ist Guni! Der, der, der mag doch kein Wasser! Der Schokoladen-Boy! Ich mag kein Wasser! Nein! Ja! Ja! Boot-Boys! Ich hab das Benzin von dem Auto geklaut! Loser! Ich hab die Schlüssel wenigstens liegen lassen! Ich bin netter! Oh! Ich hab die Sicherung mitgenommen! Ja! Das ist jetzt weg! Das liegt jetzt irgendwo am Strand! Oh! Glaubst du die Kinder kommen noch hier weg? Was, was lebt denn noch? Zwei! Eierkopf! Alter! Zwei! Oh! Die hatten ne Batterie! Wo der hat denn? Ja, ich weiß! An dem Auto war Batterie und, äh, Sprit! Ich hab das, ich hab den Sprit gestohlen! Um uns am Boot abzuhauen! Naja! Wir mussten es tun! Wir hatten keine andere Wahl, ne? Ja! Was will man machen, ne? Ja, was will man machen, ne? Ja, was will man machen! Die haben uns gezwungen! Oh! Jetzt kriegt er ne Nachricht! Oh! 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 Da ist er schon! Oh! Oh! Mehr Goonie als Jason! Oh! Aber wie schnell sie da das Messer, ne? Zack! Messer rein! Zacki! Zacki! Knacki! Messer! Da vorne liegt irgendwo noch ein Deo rum! Sie weiß, dass das Leben jetzt härter wird! Ach nein! Echt jetzt? Ah! 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 Hoff aufs Beste! Und ich hoff aufs Beste! Ah! Ah! Komm schon, Eierkopf! Jetzt machen wir hier Ende! Du bist selten von den Eierkopf! Zoom mal an den ran! Der hat voll die Knutschlippen, ne? Und dann auch noch so ein bisschen Lippenstipp hat er doch drauf! Wie zoopt man denn? Achso! Mit weh! So ein bisschen frontal! Dann siehst du irgendwie so seine Lippis! Naja! Er hat doch so ein bisschen so Knutschlippis, oder? Bisschen Knutschlipper! Haha! Der sieht ein bisschen aus, wie der aussieht! Die Maske! Also nicht... Also ich hab nochmal geguckt! Ja, ja! Der Film mit Cher! Haha! Ja, Cher trägt auch sowas ähnliches wie eine Maske! Ey, wie alt ist die Frau? Man weiß es nicht, ne? Die hat hinten so ein Straffungsmechanismus! Ich glaub, die hat hinten so Wäscheklammern! Ja, ne, ne! Das ist mittlerweile jetzt in der modernen Zeit ist das so ein Drehrad, weißt du? Wie bei... Ähm... Ähm... Es gab mal so... Was ist da noch so Geräusche? Krr! 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 Im Harvest-Haus ist auch keiner. Nee. Er hat aufgegeben. Ich hätte gerne so ein Haus, wie das auf dieser anderen Seite, diese so aus Baumstämmen, weißt du, so ein Block. Du meinst dieses braune, ne? Ja, ja, genau. So, so, bei meinem Onkel gegenüber hat mal einer gewohnt, der hat aber auch so mit so richtig dicken Stämmen. Hier sind ja jetzt so relativ dünne Stämme. Ja, und der, boah, das muss, wow, war das geil. Mein Onkel Bud hat mir auch mal einen dicken Stamm gezeigt. Mein Onkel Bud hatte auch dicke Stämme. Da ist Jason an der Brücke. Ah, Brücken-Jason. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Hallo, hallo. Ich bin, er geht da hinten zu den Toiletten. Geht jetzt kacken, oder was? Ja, Freizeitpark. Hä, der schlägt jetzt wirklich Toiletten ein? Das ist mein Zweitberuf. Ich säuber die. Ach komm, ist Harvest unsichtbar? Ich meine, der ist auch in einem Haus drin. Ja, aber ich glaube, wenn du dich nicht bewegst, machst du auch keine Geräusche, ne? Ja, aber das Haus ist rot, dass da jemand drin ist. Aber du musst in der Nähe sein. Ja, aber das sieht man schon gut. Jetzt hat er sich bewegt. Er will das Buch da lesen. Was ist das? Ähm, Necronomicon. Das ist Geilheit und Sühne. Da. Da streift er rum. Ich habe eben gerade wieder Jason gesichtet. Der ist wie Bigfoot. Aha! Das ist jetzt mal wieder super unspektakulär. Komm schon, Harvest. Welche Kamera hast du ihn gesehen? Er war eben ganz kurz auf irgendeiner Camp. Also Camp C sehe ich ihn nicht. Ne, Camp C war es. Da war er ganz kurz. Ah, okay. Aber dann hat er sich wieder... Er ist sehr scheu. Das muss er doch irgendwann mal mitkriegen. Guck mal. Hier, Harvest, Start auf die Uhr. Zehn Uhr Zehn. Ist gerade. Gerade ist Zehn Uhr Zehn. Hier, wie heißen die hier so Teller? Ey, ist das irgend so ein Dildo da auf der Kommode? Wo Dildo-Kommode? Ja, guck doch mal. Neben dem toten Vogel. Ja. Ich weiß nicht. Es gibt doch so diese ausgefallenen Sexspielzeuge, wo dann irgendwie Gartenzwerge sind oder Schlümpfe mit einem etwas spitzeren Mützchen. Oh, da auf Harvest House war er gerade zu sehen. Er wurde gesichtet bei Harvest House. Ich habe ihn gesichtet. Das glaube ich jetzt nicht, dass er das aussitzt. Hat er jetzt keine Perks oder so? Dass er irgendwie nichts machen kann? Nein, das muss der sehen. Das muss der sehen. Normalerweise siehst du das, wenn jemand im Haus drin ist. Quik, 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 quik. Nee. Das kann ich... Also Eierkopf. Also so ein Noob. Wo ist der überhaupt? Guck mal, er kann auf die Brücke schauen. Auf die überdachte Brücke. Der müsste doch eigentlich da unten noch bei uns sein. Der war doch bei uns am Boot irgendwo in der Nähe. Ja, stimmt. Der wollte doch mit. Aber dann hast du ihn getreten, und hast gesagt nein. Der sitzt das jetzt aus. Fünf Minuten noch. Aber auf welche Brücke guckt er denn da? Ist das die Brücke, wo wir drunter durchgefahren sind? Draußen sehe ich ein bisschen Fluss. Wollen wir mal, ich zoome mal raus. Vielleicht kann ich dann so aus dem Gebäude ein bisschen gucken. Also es ist auf jeden Fall ein graues Gebäude. Er bewegt sich jetzt wieder ganz vorsichtig. Das ist jetzt so ein Rätselspiel für Jung und Alt. Ah, guck mal, hier siehst du auch die Spur, wo du mit dem Boot lang musst. Das muss da irgendwo sein. Ja, stimmt. Was steht denn da an der Wand? Home Suite... Nee, Home is where the heart is, oder? Home is where the heart is? My home is heart. Na ja, mein Home is auch gelegentlich heart. Hat der irgendein Verstecker-Perk, oder was? Ich weiß es nicht. Guck da aus dem Fenster. Guck mal, wie der rausguckt, der Freche. Es gibt's doch nicht Eierkopf, ganz ehrlich. Wir sind... Also jetzt... Ich werde gerade schreiben die Leute Noobkopf. Jetzt gerade entsteht Hashtag Noobkopf. Tja, nicht jeder kann so gut sein wie die Biba Boots Boys. Nee, er starrt da einfach aus dem Fenster. Guck mal, er steht sogar auf. Winkt. Er steht auf und winkt. Das kann doch nicht sein. Das ist traurig. Er kommt damit durch. Ja, ja. Er kommt damit wirklich durch. Wenn er jetzt noch einen Schuss abgibt. Hey, Alter. Ist Eierkopf überhaupt noch da? Ich weiß es nicht. Ich wünsche, ich könnte schreiben. Peinlich oder sowas. Oh, guck mal. Wir können reden. Wie, mit ihm? Mit T. Ja, aber der hört uns ja nicht. Wir hören uns ja nur in der... Wir hören uns ja nur in der Lobby. Ja, Eierkopf ist... Keine Ahnung. Ah, da war er. Bei dem blauen Spitzhaus. Da ist er ganz kurz hinten vorbeigehuscht. Path. Unten am Path. Unten am Path. Am Path. Ist er ganz kurz vorbeigehuscht. Vielleicht hätte irgend so einen Perk. Weiß nicht so. Alle Sinne aktiviert Seiko Perk. Smell the money. So ein Smell the money Perk. Guck mal, man merkt richtig, wie ihm langweilig ist. Wie er denkt, ey, den Sieg. Ich hatte schon schlechte Siege, aber... Aber das lass ich mir noch mal richtig gut gehen. Ist mir jetzt zu krass. Ich will jetzt noch ein Duell. Ja, wo ist er denn? Hier, wo wir durchgesegelt sind, oder? Ja, so in der Nähe. Guck mal, er ist am Chabesmast. Ja. Er ist ja... Was macht Eierkopf? Guck mal, es geht einfach hier und da ist ein Zigarettenautomat drin. Oder das ist eine Soft-Eis-Maschine. Ja, weiß ich auch nicht. Er holt sich ein Soft-Eis. Er holt sich einfach mal ein Soft-Eis. Und Marlboro. Krass. Also, da muss man schon echt... Er macht sich alle Fenster auf. Ja, aber hier riechst du auch ein bisschen nach alter Frau. Ne? Ja, ja. Also, ich denke mal, die zwei Minuten schafft er jetzt auch noch easy. Die schafft jetzt easy, ja. Er hat eine Knarre, er hat ein Messer. Ja. Und irgendwo im Wald schämt sich Jason. Irgendwo im Wald schämt sich Jason. Oh! Oh! Ich höre was. Ja, ich habe auch eben gerade... Ey, wenn er jetzt noch stirbt, wäre es irgendwie traurig auch dann wieder, ne? Ja, dann wäre es echt auch traurig. Aber er ist gelassen. Sein Mund ist noch geschlossen. Ja, ja, klar. Guck mal, er hat ein Messer. Er steht direkt am Fenster. Ne, er hat sich alle Fenster bereit gemacht. Oi. Oi. Ah, da muss jetzt ein guter Teleport kommen wahrscheinlich. Ansonsten sieht das nichts mehr. Ja, ja, da muss so ein richtiger Profi-Port kommen. Ah, er kann nicht joggen. Oh, Scheitel gezogen. 50 Sekunden. Oh, wie schnell war der denn drin? Oh, Clothesline. Der ist noch ein Fenster zu Bruch gegangen. Smell on my Boom-Shock. Der wurde gesentershockt, sage ich dir. Der wurde gesentershockt. Aber jetzt ist, er hat ihn wenigstens noch mal gefunden jetzt, also. Naja, er hat ja auch, wie gesagt, maximal Lärm gemacht. Ah, der wird gemorft. Einfach Eier-Morp. Der wird geeier-morft. Oh, 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 oh. Huh? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Oh, er macht ein Deo. Ne, eben. Deo-Andriff. Alter, in den letzten Sekunden. Nein, das war ein Fehler. Warum machst du sowas? Jeder weiß doch, ein Harvest hat immer ein Messer on the creeps. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, Gott. Ich hätte nur noch einmal zuhauen müssen. Ja. Oh, Gott. Jeder weiß doch, ein Harvest hat ein Messer. Oh, Mann. Oh, das war echt. Das war... Wir haben's auf Band. Ja. 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 Jetzt deiner Mutter schickt ein Eierkopf. Aber Mutter hat trotzdem Zuckerlis für ihn. Weißt du? Ja, aber erst mal gibt's einen sauren Center-Schock. Der ist aus Kerzenwachs. Aus Kerzenwachs in der Vagina gereift. Weißt du? So ein typischer Slutnutt. Typischer Slutnutt. Ja, wer weiß, vielleicht hatte der irgendwie so einen Perk, dass er halt nicht angezeigt wird oder so, ne? Nee, glaub ich nicht. Und am Ende hat er schon... Das war echt... Das war eigentlich für jemanden, der 400 Stunden in dem Spiel hat. Also, ja, ja. Da muss man das schon wissen. Ach ja, er ist halt jung. Ja, warte. Sehr, sehr traurig. Gut. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Nein. Kommt ja noch ne Runde. Was? Wir haben ja noch ne Runde. Hallo? Geht so lang, dachte ich. Die ging jetzt mega lang, die Runde. Guck mal. Die Russen drehen durch. Der wurde mir nicht angezeigt. Tja. Tja. Das ist jetzt die Ausrede für alles. Na gut. Nächste Runde. Nächste Runde. Alter, das hab ich noch nie gesehen. Von Axt auf Speer hat er gewechselt. Ja, der hat ja alles dabei. Machete, Axt, Speer. Was ist das für ein Kombi-Jason? Multifunktions-Jason. Schweizer Armee-Jason. Wir arbeiten noch am Namen. Wir arbeiten noch. Work in progress. Quackmeyer, wie hast du das gemacht? Schweizer Armee-Penis. Oh, deine Handschellen scheinen stabiler zu sein, Peter. Ich nehm den Bunsenbrenner. Schaut bitte nicht in die Flamme. Durch die Geschlechtskrankheiten ist meine Flamme viel heller. Ja. Quackmeyer, wie hast du das gemacht? Schweizer Armee-Penis. Einfach geil. Schaut nicht in die Flamme. Durch die Geschlechtskrankheiten ist sie heller. Ich bin in so einer Farm, in der war ich noch nie drin. Ich bin unten an der Lavalier-Lodge. In der Lavalier-Lodge. Hier ist ein Bagger sogar drin. Und eine Schubkarre. Du bist in der John Deere-Lodge? Ja, ja. Was gibt es hier eigentlich so? Die Karte haben wir, glaube ich, noch nie gespielt. Kann das sein? Es gibt noch so viel, was wir hier entdecken können. Pinehurst irgendwie. Oh, ich bin hier im Haus mit dem Präsidenten der USA. Das Pinehurst-Derby. Ich dachte, er hätte das Spiel verlassen, aber er ist doch da. Mr. President kam zurück. He comes back for you. Oh, hier drüben, glaube ich, kann ich einen Javes qualifizieren. Ich bin bei einem Auto, ich habe aber keine Karte. Boah, hier ist eine Plantage. Wie eine Plantage? Die bauen hier an. Ich kenne dieses Haus hier nicht. Wo bin ich? Auf welcher Karte bin ich? Ich bin bei Pinehurst jetzt. Ich bin bei Reckless Ridge. Beim Reckless Ridge. An der Villa Pinehurst. Aber Reckless Ridge hätten wir doch schon mal... Das Wort hätte ich schon mal gesagt, wenn ich das schon mal gewesen wäre. Reckless Ridge? Bei Reckless Rancho. An der Reckless Ranch. Harvest wird gecallt. Harvest ist calling. Weißt du, dass nächste Woche Predator kommt? Ja, voll gut. Voll gut, ne? Okay, Runde vorbei. Du überlebert. Ich habe den Harvest gecallt und habe gewonnen. Wie geht das? Geil. Ja, geil. Geil. Quick Harvest. Ja, easy. Bisschen Erfahrung habe ich gekriegt. Komm, da gibt es noch ein bisschen Points. Wollen wir noch eine machen? 1000 Punkte? Ja, komm. 1270 habe ich gemacht. Nicht schlecht. Alter. Einfach nur fürs Kommen. Ja, einfach nur, weil Harvest. Hallo, Mr. Harvest, Sir. Mr. Harvest. Können Sie bitte machen weg, Multifunktions-Jason. Okay, komm, noch eine. Lalalala, was für ein schöner Tag. Au. Oh. Nein, nicht schon wieder. Oh, Goonie Jay. Oh, Goonie Jay. Oh, er ist es. Oh, Goonie. Go, Go, Goonie. Ich kenne seine Taktiken, ey. Deswegen laufe ich erstmal hier einfach in den Wald. Kennst du mal? Ja, ja, doch. Hast recht. Einfach schreiend in den Wald rennen. That's the way to survive. Hast recht. Oh mein Gott, hier sind ja schon... Alter, hier sind ja schon Leute. Klar. Wir haben gerade schon geschrieben. Ich kriege gerade eine Nachricht von Ayakob. Okay, ich hole den Pulli. Alles klar, Ayakob. Die rennt da mit einer Leuchtpistole rum, die alte. Dann lass sie doch auch mal. Oh, ich höre schon in der Ferne. Ich höre schon in der Ferne jemanden. So. So, ich mache euch das Leben schwer, Kinder. Ja, ich finde, du kannst es auch einfach mal lassen. Lass doch einfach die Leute mal... Ich lasse die Kids auch immer spielen, wenn ich willst. Ja, ja, klar. Ich lasse die Kids immer spielen. Gerade der, wo man im Hintergrund noch so einen leichten Masturbations-Sound hört. Ja, wie ich die jetzt spielen lasse, das steht nicht jetzt zur Debatte, sondern einfach, dass ich sie spielen lasse. Ich höre immer nur so einen... Ja, so einen Schmatzen, so einen Kleckern. Was? Ich rühre halt meinen Joghurt gerne am Mittag. So ist das nun mal. Und wenn da... Videospiele dazwischen kommen, kann ich auch nichts dafür. Wer hat denn da hier wieder den Strom angemacht? Welchen Strom? Ja, ich habe hier nämlich Sabotage-Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, von... Sabotage. Machen Sabbat. Machen die einfach Sabotage. Okay. Können eigentlich nur noch hier sein. Sie rennt da hinten rum. Machen wir mal die Vision. Night Vision. Ey, ich kann die auch nicht sehen. Was ist das für ein Perk? Das haben jetzt anscheinend alle. Scheint so ein Trendperk zu sein im Moment. Ja, so ein Trendperk. Oh, wer ist denn das? Da vorne rennt jemand rum. Wo genau? Das Eierkopf ist hier bei mir. Oh, Eierkopf. Ah. Du riechst so köstlich, Eierkopf. Ich kann dein Epidermis riechen. Ah. Dein Epidermis riechen. Oh, oh. Und was macht er denn? Oh, das ist mies. Ich kann ihn nicht treffen. Ist das überhaupt Eierkopf? Ninja-Kopf. Er hat ein Messer. Er hat ein Messer. Er hat ein Messer. Alter, wie der aus mir die Suppe aber auch raus spreckelt. Eierkopf. Eierkopf. Der spreckle Suppe. Da hast du in ein Haus gerannt. Ins Eierhaus. Ins Eierhaus. Hey, die Kinder hier sind wieder ganz listig unterwegs. Listige Kinder. Ja, super listig. Aber im Moment macht irgendjemand irgendwas? Nee, nee, nee. Das ist wie immer. Alle rennen irgendwie hilflos sich dagegen. Mit geschrien und gequeckelt. Ja, aber vielleicht, das ist oft so ein Indikator für. Wir werden ihn erlegen wollen. Naja, wahrscheinlich. Viele wollen ja nur erlegen. Viele wollen nur töten. Es ist Goonie J. Goonie J ist der Schlimmste. Hahaha. Ich sehe einen Typ mit einer Batterie. Kreis. Hey, lass mich in Ruhe. Hahaha. Hallo. Verschwinde hier. Ja. Das ist mein Haus. Oh. I'm inside, my friend. Was ist los, Cracker? Mieses. Nein, das Licht. Das Licht. Wo ist er hin? Na, da hinten. Lass mich in Ruhe. Ich kann dich sehen, Kreis. Ich kann dich smellen. I smell a hippie. Was? Alter, wie viele... Der Mann besteht aus Crackern, ne? Hahaha. Hallo, hier ist Jace. Was? Hahaha. Was? Get up, Jason. Find them. Was? Wie viele Cracker kann denn jemand haben? Hahaha. 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 Das gibt's ja nicht. Hahaha. Ich werd das genießen. Ich werd das genießen. Ja, ich genießen will er, ey. Immer wieder die alte Nummer jetzt. Ah, der Genießer, ey. Oh, gut Schmenderle, Jason. Der schmendelt. Ich hab, glaub ich, alle Cracker auf der Karte gefunden. Drei Cracker, Mann. Hahaha. Hahaha. So. Ja, komm. Wann hat die Welt das letzte Mal drei Cracker, Mann gesehen? Also, Neckermann vielleicht. Aber nicht drei Cracker, Mann. Hahaha. Was machen die Kinder denn? Was machen die Kinder denn? Was machen die jetzt irgendwo unten, ey? Was machen die? Also, ich sehe Eierkopf und Gefreiter Jones. Die sind zusammen. Ja, aber keine Sicherung, kein Auto. Ihr Kinderlein. Was macht ihr denn? Ihr kleinen Rabauken. Ja, es sind super viele Häuser irgendwie. Es ist super viel versteckt. Ist viel los, hm? Ja. Ich glaube, das Haus hier ist jetzt schon mal komplett von mir. Oh, Dylan kriegt Angst, weil das Licht ausgeht. Im Endeffekt. Ja, ich mache ein bisschen stressig. Ist eigentlich Harvest schon da? Nee, ich glaube nicht. Hat doch keiner Harvest gerufen, Alter. Also, bis jetzt? Keine Ahnung. Du bist der erst, der gestorben ist. Die verstecken sich ja alle nur. Das ist irgendwie die neue Taktik. Nix tun. Ich habe wenigstens die Batterie fast ins Meer geschmissen. Ja, sehr gut. Wir arbeiten gut zusammen, Kreis. Jetzt rennt die da hinten weg, ne? Alle rennen weg. Ja, alle rennen weg. So, hier ist so eine Billow-Tür. Ja. Was? Was? Was war das? Geblockt. Ich habe sie geblockt. Alter, sie ist aus dem ersten Stock gesprungen. Alter, ja, ich habe es gesehen. Was mache ich nur mit diesen Kindern? Aber sie hat Deo und jeder weiß, wer Deo hat, der kann auch immer aus dem ersten Stock fliegen, ne? Was? Was? Boah, ey. Was? Alter, was ist denn los mit denen hier? Alter. Ich glaube, sie hat ein Messer? Ich weiß nicht. Komm schon. Hol sie dir, Jason. Hol sie dir. Oh, da hinten, da sehe ich Taschenlampen. Die haben auf jeden Fall was vor. Ha! Hat sie ein Messer? Ne. Sie hat kein Messer. Komm schon. Ja. Alter, wie das Bein weggeflogen ist. Ah, Job Sui. Kein Breakdance mehr. Diese Woche. Heute, ja, diese Woche ist... Breakdancen ist vorbei. Make them suffer. Mit den Six Steps wird nichts mehr. Höchstens noch Three Steps. Oh, irgendwie bin ich durch meine Falle gestorben. Eierkopf hat einen Plan. Irgendjemand ist durch meine Falle gestorben. Ich glaube, Eierkopf, der macht, äh, der wird ja noch gefährlich. Niemand wird mir entkommen. Niemand. Niemand. Ich mache es langsam, Mutter. Ganz langsam. Das Ding ist halt hier auch, auf der Karte siehst du die Leute einfach alle kilometerweit eigentlich mit ihren Taschenlampen von Küste zu Küste, so. Weil jetzt, wo ich sie... Hier gucke ich, sehe im Hintergrund halt überall Taschenlampen leuchten. Du kannst nicht entkommen, kleines Gör. Oh, die Joggerin. Sie desbluten, so oder so. Du zögerst nur das Unvermeidbare hinaus. Na, was hast du denn? Oh. Jetzt bist du. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Ja. Da ist der Erste, der Zweite, der Dritte und erledigt. Hier da kein Risiko ein. Ich höre da eben so Gurgeln in der Ferne. Was mache ich nur mit diesen Kindern, hä? Was mache ich nur mit diesen Kindern? Nein! Oh, das war aber ein professioneller Crackerwurf. Das war wirklich ein Profi-Cracker. Ich glaube, es war eher ein Glücks-Cracker, aber... Hey. Okay. Okay. I make you... Wie viele Cracker gibt es denn hier auf der Karte? Oh, der Cracker wirkt nicht. Ja, weil ich... Was? Du kannst nicht entkommen. Ich wollte dich verbrennen. Du kannst einen coolen Tod sterben. Der Präsident of the USA. Stirb einfach cool. Stirb cool. Was? Das Messer ging nicht rein? Ne, Rettungssprung hier gemacht. Alter, der... Der macht aber alles. Und Theo noch dabei. Alter, was er nicht alles hat, ne? Ja, ja. Ha, ha, ha. Oh, er will, glaube ich, den Dance machen. Hat sich ausgedanced. Schenkt mir einfach nur die Zeit. Oh, jetzt haben sie sich verbündet. Aber sie zerstreuen sich. Das gibt keine Kopf. Eierkopf, haut ab. Die anderen kämpfen. Ich kann nicht schlagen. Ich kann nicht schlagen. Alter. Was war das eben gerade? Ich weiß nicht. Er wollte... Ich glaube, der hätte die Schrotflinte hinten in den After geschoben. Der hat mich gepappet. Das hätte man pappen. Oh, wie viele Sachen gibt es denn hier? Seid ihr stressig? Ist stressig, ne? Ist echt hart stressig. Ich glaube, Eierkopf ist immer noch auf der Suche nach irgendwelchen Dingen, die ihm helfen können. Ey, ihr Kinder, ne? Ihr Kinder. Aber ich... Ich kann joggen. Ha, was ich weiß. Du hast was. Du hast bestimmt kein Messer mehr. Was? Oh Gott, das gibt es nicht. Was auf der Map alles gibt, ey. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Eierkopf verzweifelt gerade. Eierkopf, es gibt kein Entkommen. Ja, jetzt aber jetzt. Und ich werde es genießen. Ich werde es genießen. Du mit deinen Messern, Boy. Du mit deinen Messern. Aber der Präsident ist immer noch da. Ja. Der Präsident. Aber er blutet. Er blutet stark. Und ich glaube, er hat auf jeden Fall schon einige Deos benutzt. Er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Was bist du? Ja, ich hole mir den Präsident. Ich hole mir den Präsident. Please. From the United States. Please don't come on. Wer steht denn da, Mr. President? So, Hilldog. Du bist erledigt. Habe ich mir die Clinton geholt. Da ist der Letzte. Der Letzte, der eine. Es tut mir so leid. Also Noob-Ahnung ist eh nix. Was? Oh, deine Maske nimmt er. Er hat sie aufgehoben. Komm, stirb wenigstens cool. Hab kein Messer. Und tschüss. Komm, du wolltest doch da noch rein. Habe ich alle getötet? Ja. Alle. Ja. Acht von acht. Haha. Meister Jason. Ja gut. Wir sehen uns wieder in der nächsten spannenden Folge. Freitag, der 13. Mutter ist ultra stolz. Hat mir gesagt, sie hat noch nie so feuchte Lippen gehabt wie heute. Hat gesagt, sie kann mir endlich wieder ein Bussi geben, ohne dass irgendwas wegbröckelt. Ja, Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.